es ist pünktlich 8 uhr 30 guten morgen alle zusammen liebe traderinnen und trader hier bei unseren handelsideen heute am donnerstag gibt es wieder natürlich ein paar interessante chart bilder diesmal wir werden es gleich sehen einige parallelen ich hole ihn das mal ganz kurz rüber hier an dieser stelle aus dem blog bevor ich hier direkt auch reingehe elena und ludger schönen guten morgen freue mich euch hier live dabei zu haben nur mal kurz zurück zu den parallelen die es heute geben wird die wir hier in ruhe gleich gesprächen sascha mario fein freue mich guten morgen alle zusammen ja was geht heute ab hier an den märkten ich habe den nikai rausgesucht den euro singapur dollar und den britischen fund im kann dollar so was haben wir hier mit blick vielleicht fällt ihnen das ein oder andere auf schauen sie wir haben hier an den großen bildern hier im euro sgd aus dem singapur dollar schauen sie sich mal dieses bild hier an was ich im blog für sie veröffentlicht habe genau das gleiche schauen sie sich das ganze hier mal an und etwas ähnliches an dieser stelle hier unten auch schauen sie sich das an wir sehen momentan so ein paar parallelen wo der markt gewisse muster macht und diese muster wenn diese muster gespielt werden die können wir uns dann schon als trader zunutze machen aus diesem grund habe ich heute mal ein paar charts rausgesucht wo diese muster auch vorhanden sind und wir schauen können was hier gespielt wird thema trend entstehung steht hier ganz ganz vor und weg beziehungsweise in den weiteren sinnen auch fortsetzung bestehender trends in anderen trendgrößen doch bevor wir hier direkt reingehen von mir nach auch die einladungen alle die hier live zuschauen wenn sie lust haben mal den ein oder anderen wunsch hat analysieren zu lassen oder ich einfach mal drüber schauen soll und meine meinung meine persönliche meinung zu kund tun soll dann scheuen sie sich nicht geben sie ruhig hier im chat auf facebook den ja wert ein das kürzel ein wie auch immer dafür ist es da dafür machen wir auch die veranstaltung um gerne auch auf ihre wünsche mit einzugehen bevor wir das alles tun der obligatorische risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren und damit springen wir direkt in die planung für den handelstag rein die planung beginnt bei mir immer mit einem überblick über die wichtigsten tagesnachrichten sie kennen das hier von mir ich schaue hier im euro raum das heißt deutschland dann die eurozone und im us-raum jeden morgen auf die nachrichten um 9.55 Uhr gibt es den wert zur arbeitslosigkeit in deutschland also hier kriegen wir informationen zur veränderung der arbeitslosigkeit in deutschland hier gibt es eine prognose minus 8000 mal sehen was bei rauskommt um 14 uhr gibt es dann den verbraucherpreisindex für deutschland und in den usa um 14.30 Uhr das thema erst anträge auf arbeitslosenhilfe also das mal so die aller aller wichtigsten dinge um den tag hier entsprechend zu planen so sascha du schreibst grad ob ich gelesen habe ja habe ich gelesen der sascha wir hatten ja gestern über das thema öl gesprochen öl und auch im zusammenhang mit dem thema zur norwegischen krone und hier war so gewesen dass der sascha so nett war und meine studie veröffentlicht hat zur korrelation zwischen öl und dem der norwegischen krone und da kam bei raus so habe ich das rausgelesen dass es schon gewisse korrelationen gibt die die währung auch negativ beeinflussen können aber häufig nur dann wenn wir in extrem situationen sind also beispielsweise wenn der wenn der wenn der wenn der ölpreis extrem niedrig notiert und die die produktionskosten beispielsweise nicht mehr gedeckt werden können das sind dinge wo man dann schon eine starke korrelation sehen kann das haben wir momentan in meinen persönlichen augen noch nicht ganz sascha ich hoffe das habe ich auch so richtig wiedergegeben dass du das auch so verstanden hast und deswegen ist die korrelation momentan nicht ganz so arg gegeben wie das in anderen fällen der fall gewesen ist lutz einen schönen guten morgen hier an dieser stelle so damit zurück zu den charts für heute ich hatte es ja gerade gesagt wir schauen heute auf den nikai den euro sinker pro dollar und den britischen fund im kann dollar und da lade ich gleich mal die charts hier auf den bildschirm raus hier oben drauf was habe ich hier zuerst drauf ich habe gerade den britischen fund kann dollar hier im tagesschart ich würde sagen dann bleiben wir doch hier einfach dabei und schauen mal in die charts hinein was haben wir hier für einen markt wir haben ja im ganz ganz großen bild einen markt der hier bis jetzt zumindest sehr dynamisch eine eine einen einen großen übergeordneten abwärtstrend hier am laufen hat schauen wir uns das ganze mal in der woche an hier das hier ist entsprechend der abwärtstrend nach unten hin gewesen wenn man sich das riesengroße bild anschaut in der woche sieht man hier auch man hat hier einen aufwärtstrend der aktuell tief in seiner korrektur steht und das ist etwas das fand ich hier an dieser stelle relativ interessant mit blick auf den tageschart weil wir hier unten die situation haben dass wir aktuell schauen sie sich das mal an wir haben hier den letzten bewegungstrend nach unten der hatte hier noch mal so kurzen ruck nach oben schiebt sich jetzt unten rein so jetzt hatten wir hier unten dieses level bei 1 65 9 64 was ich für sie grün markiert hat ich hoffe das kann man gut lesen oder ich mache das einfach mal ein bisschen größer dass wir die daten hier ein bisschen besser sehen können dass wir uns auf den letzten bewegungsarm mit stabilisieren bzw spezialisieren können und da ist jetzt die situation wir hatten hier unten diese marke von 1 65 9 64 da ist der markt hier unten wann war das gewesen mit der august schon mal abgeprallt und mit einem kleinen mini 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 aufwärtstrend hier nach oben gelaufen das war sozusagen die erste bewegung die wir hatten dann gab es die korrektur wo hat der markt angehalten wieder sehr schön hier unten in diesem grün markierten bereich um die 1 65 9 64 was ich gerade erwähnt hatte und dann gab es gestern hier diesen brutal massiven schub nach oben das heißt der abprall ist ja auch wieder hervorragend gelungen und das das ist die situation die ich persönlich jetzt hier so spannend finde weil wenn wir hier unten schon diese starke aufwärtsdynamik sehen das ist jetzt für mich kein zeichen mehr von marktschwäche sondern das ist eher ein zeichen dass der markt nach oben möchte und hier dreht sich jetzt alles um diese marke hier oben um die 1 68 373 um dieses hoch was wir haben schiebt der markt hier oben drüber ja dann haben wir hier sie sehen sie können es auch erraten oder sie wissen es dann im endeffekt wenn wir hier drüber steigen wir haben dann einen aufwärtstrend und der begründet sich dann im endeffekt und das wäre ein 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 erstes initiales zeichen dass sozusagen wir hier eine erste umkehr aus der tiefen korrektur des wochencharts sehen können das heißt wir haben dann hier den aufwärtstrend das ist auch mein beliebtes umkehrmuster ich habe das an der einen oder anderen stelle schon mal genannt dass mike's reversal pattern wenn ich so eine umkehrmuster sehe wenn ich sehe der markt der dreht hier rum dann schauen wir hier mal ganz kurz in die woche rein das ist sozusagen hier das ist die umkehr die wir hier unten erleben und das in einer relativ tiefen korrektur ich meine der zeitraum ist groß aber es spielt jetzt keine rolle wenn wir hier einen punkt haben an den bewegungen entstehen kann warum sollen wir den als händler denn auch ignorieren wir müssen ja nicht immer im fünf minuten chart rumspringen sondern wir können sowas auch nutzen und wenn man mal diese schönen großen aufwärts dynamiken hier sieht ich markiere das mal ganz kurz sozusagen hier diesen großen aufwärtstrend im tag zu nutzen um nach oben zu traden na dann kann man das ja nutzen und wenn wir hier eine umkehr sozusagen haben dann lohnt sich das auch häufig wenn der markt wieder rauf geht weil schauen sie mal was hier unten passiert ist wo der markt schön hochgetreten ist da kam schon einiges und wenn das jetzt wieder passiert dann haben wir ja die chance und wir suchen ja hier nach chancen wir traden ja an der börse eh nur wahrscheinlichkeiten und wenn der markt hier unten rumtritt dann haben wir die wahrscheinlichkeit schon ein stück weit nach oben zu laufen und jetzt gehen wir mal hier in die korrektur rein schauen sie wir haben jetzt eine korrektur tiefe wenn man sich das mal ausmisst hier wir sind jetzt in den bereich von deutlich über 60 prozent korrigiert und bekommen jetzt ein schönes umkehrmuster wir hatten hier auch schon mal ein umkehrmuster das hat dann auch gut funktioniert der markt ist hier ein stück weit nach oben gelaufen jetzt haben wir hier das zweite vielleicht bringt uns der markt nur ein stückchen nach oben aber auch ganz weit nach oben das weiß ich nicht das werden wir sehen potenzial ist auf alle fälle da und schauen sie hier drüben hat der markt genauso angefangen rauf zu laufen und das kann hier genauso wieder passieren deshalb hier mein blick in den tagesschatten nach oben rein und wenn wir hier so einen spannungsmoment haben nächste anlaufpunkte werden hier schauen sie mal wir haben hier ein paar tageshochs liegen um die 169 185 beziehungsweise hier 169 614 das sind so bereiche wo der markt wenn er stark wird durchaus auch relativ flink rein laufen kann mittelfristig kann es dann natürlich noch viel viel höher gehen was haben wir an anlaufpunkten da schauen sie wenn wir uns diesen schub hier diesen trend mal nach unten anschauen dann haben wir hier oben einen markt wo man ran laufen kann wir haben die nächste marke dann hier in diesem bereich wo die kurse mal ein wenig angestaut wurden und dann natürlich hier ein ganzes stück weit weg diese marke die wir hier oben haben bei 176 770 also das ist potenzial was da ist was bis da oben hin rauskommt ich will mich da überhaupt nicht aus dem fenster lehnen ob was kommt wie viel kommt wir wissen es nicht aber wenn es der markt los spielt warum soll man das nicht nutzen und das können übrigens auch diejenigen nutzen die sehr sehr gern in den kleineren zeiteinheiten arbeiten weil schauen wir uns mal hier die stunde an die stunde hat diesen gesamten abwärts trend jetzt erst mal weggeputzt der ist komplett weg absolut hochgeschoben jetzt steht er hier unten drin dieser move war brutal aber er hat korrigiert und läuft jetzt wieder hoch und wenn sich dieser trend sozusagen nach oben fortsetzen sollte kann schon sein dass hier noch ein bisschen seitwärts korrigiert wie auch immer aber wenn wir hier eine umkehr sehen dann wäre das ein schönes zeichen dass die kleineren zeiteinheiten auch nach oben laufen und das kann dann sehr sehr schön für das kurzfristige trading auch genutzt werden ich sag nur schaut mal auf die naheliegenden tages hoch beziehungsweise wenn wir uns hier mal den chart anschauen wo liegen denn punkte im stundenchart verlauf in den abwärtstrend verlauf wo im kurzfristbereich der markt auch ohne weiteres hin laufen könnte so dann würde ich sagen gehen wir hier zum nächsten markt und zwar nehme ich hier mal direkt jetzt rein den euro singapur dollar singapur übrigens eine sehr sehr schöne stadt wer gern reist und sich mal ein wenig die welt anschauen möchte ich kann das nur empfehlen schauen sie sich mal diese stadt an eine eine tolle stadt eine sehr sehr saubere stadt nette menschen vielleicht nutzt der ein oder andere mal wenn man stop over macht auf den weg durch die welt ich kann es nur empfehlen ist es wirklich immer eine reise wert dort etwas zeit zu verbringen was hat mich hier dazu gebracht diesen chart heute einmal in die betrachtungsweise reinzunehmen ganz klar wir haben hier momentan eine schwelle um die marke von 1 59 865 das habe ich hier oben mal rot markiert das ist ein widerstand der war hier oben das erste mal im widerstand hier wurde er sehr 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 häufig getestet jetzt markiert der markt hier wieder wir haben allerdings hier einen sehr sehr starken anstieg gehabt das heißt es ist auch nicht undenkbar dass wir hier oben erst einmal ja ein bisschen pausieren vielleicht auch ein stück weit zurücklaufen da haben wir ja hier das tagestief von gestern oder hier die trendverläufe die wir in der stunde sehen das habe ich für sie mal markiert hier unten das tagestief von gestern licht bei lassen sie mich mal kurz nachschauen das sehen wir hier unten in dieser leiste auch wo ich hoffe das können sie sehen hier unten in dieser leiste wenn wir auf eine kerze drauf gehen können wir sehen wie da sozusagen open high low close kurse gewesen sind und wir hatten das tagestief bei 1 59 837 also das wäre mal ein anlaufpunkt also hier in der korrektur da können wir schön schauen wenn der tag korrigiert kann ja die stunde nach unten laufen die stunde ist allerdings momentan auch weiter sehr sehr schön im aufwärtstrend befinde ich er korrigiert hier sozusagen und jetzt läuft er hier so ein bisschen seitwärts das ist eine situation die auch interessant ist die auch normal ist und wenn wir hier wirklich nur seitwärts laufen dann wäre das auch ein zeichen von stärke und wenn der markt das ding im sinne des stundentrends nach oben fortsetzt dann haben wir die situation geben dass der markt hier nach oben drüber wuppen kann so und wenn wir uns das mal anschauen auch wieder in einem größeren kontext was haben wir dann wir haben jetzt hier bewegung korrektur also erste schöne aufwärtsbewegung dann gegenbewegung und jetzt wieder hier den schub nach oben und wenn wir hier oben drüber wuppen dann haben wir nämlich hier wieder im großen einen schönen aufwärtstrend und das ist dann in diesem kontext in diesem zusammenhang schon ein zeichen von stärke nächste anlaufpunkte wären bei einem sprung nach oben hier diese tageshochs bei 1.60.498 bis 1.60.874 hier in diesem bereich mal die ersten kurzfristigen anlaufpunkte wer das ganze bild im großen auch noch mit sich anschauen möchte der schaut natürlich was hier noch gewesen ist und da ist es auch relativ leicht zu sehen was wir hier haben wir haben hier ein paar anlaufpunkte wo wir nach oben schon schön mit reingehen können hier in diesem markt und das sind punkte die sind in zukunft wenn wir hier die stärke wieder aufnehmen und wenn der markt es schafft nach oben zu tendieren dann sind das definitiv marken wo wir auch ran laufen können ja das also hier mal mit blick auf diesen index das ganze mal auf wochenbasis auch gesehen sie sehen hier steht dann auch auf der woche ein aufwärtstrend in entstehung warten sie mal das mache ich immer ganz kurz groß hier haben wir dann sozusagen den aufwärtstrend in entstehung und solche sachen die bleiben meistens auch nicht unentdeckt von den märkten von den markt teilnehmern und das kann dann schon den ein oder anderen käufer nach sich ziehen und damit würde ich sagen blicken wir gleich mal von den währungen auf einen index und zwar habe ich hier auch mit blick in der woche da bin ich gestern einfach drüber gestolpert in der großen chartanalyse die mache ich ja regelmäßig auch da schauen wir morgen drauf auf die großen indizes aber ich wollte einfach mal hier etwas reinbringen was ich vorweg nehme wollte weil das ist mir einfach so ins auge gestochen dass ich hier sage okay hier muss ich einfach mal rauf gehen und zwar hier das ganze mal in der wochenbetrachtung wenn wir uns den nikai einmal anschauen dann haben wir hier die situation sie sehen sie hatten genau wie an vielen anderen aktienmärkten auf dieser welt anfang des jahres diesen brutalen einbruch hier nach unten hier hat sich dann auch den habe ich in blau markiert ein abwärtstrend gebildet auch sehr schön zu sehen auf wochenbasis das ist jetzt hier der wochenschaft und wir hatten hier dieses hoch was ich mit lila markiert habe so und jetzt haben wir hier die situation dass der markt über dieses hoch schon drüber gelaufen ist das heißt er stabilisiert sich hier in dieser phase oder in dieser zone zwischen 23.000 und 22.000 punkten da dingelt er so immer so ein bisschen hin und her momentan und hier kommt es jetzt drauf an was passiert was macht der markt und wir haben ja immer gegen jahresende so die situation dass man sagt okay die jahresendrallye obacht ja jetzt kommt september selling may and go away und ab september laufen die märkte nur noch brutal nach oben das wissen wir ja das wird auch garantiert zu kommen kleiner scherz am rande aber nichtsdestotrotz die jahresendrallye wenn sie einsetzen wird kann hier losgehen so und das ist der punkt auf den ich hier mal aufmerksam machen möchte auch hier das ist die parallele zu den anderen beiden werden die wir auch gerade hatten schauen sie wir haben jetzt hier eine korrektur ich weiß das ist ein wochenchart kann langweilig sein für den einen oder anderen aber wenn die bewegen nach oben anlaufen kommt halt bewegen ins spiel so jetzt haben wir hier die korrektur des ganzen spiels gehabt und jetzt stehen wir wieder hier an dieser stelle an dieser schwelle schwupps wenn der markt hier oben drüber läuft dann haben wir einen aufwärtstrend das kann passieren muss aber nicht das heißt wenn wir das ganze bild jetzt mal schauen im sinne der positiven entwicklung und die weltwirtschaft entwickelt sich ja momentan positiv die störfeuer ja wir haben in europa noch einige störfeuer die usa laufen schön stark nach oben wirtschaftlich läuft es in unserer welt doch relativ gut heißt also wenn wir hier den schub nach oben kommen über die 23.000 marke drüber laufen dann haben wir hier schön den trend nach oben wir uns das ganze mal auf tagesbasis hier an dieser stelle betrachten dann haben wir hier auf alle fälle mal das gleiche bild weil es ist ja der gleiche chart nur in einem anderen zeitlichen kontext und hier die situation auch ganz genau geschildert das ist die 23 punkte mark und sie sehen was ich hier eingezeichnet habe diese marke ist jetzt so ein drehpunkt der kann kurzfristig dafür sorgen dass der markt erstmal noch ein stückchen weiter nach unten läuft wie es heute hier in japan auch getan hat das heißt kurzfristig nach unten ist es gar nicht ausgeschlossen dass wir hier an diesem starken widerstand mal noch ein bisschen konsolidieren warum konsolidieren nummer eins wir haben hier schon einen starken schub gehabt jetzt geht die woche so langsam aber sicher zu ende das heißt da könnte sich der ein oder andere investor oder anleger oder trader wie auch immer man den händler bezeichnen möchte sagen okay wir nehmen jetzt einfach mal ein paar gewinne mit gut investoren werden das vielleicht nicht tun aber kurzfristig investierte trader schon zumal wir ja am montag auch in den usa die börse geschlossen haben und das nimmt dann doch häufig mal so die situation an den märkten an dass es zu gewinnmitnahmen kommt kommen kann das heißt hier wenn der markt nach unten läuft haben wir anlaufpunkte kurzfristig auf der unterseite hier unten um die 22.000 punkte marke scheint hier dieser wert sehr gut abgesichert zu sein die hat das schon sehr sehr oft gehalten im kurzfristigen bereich können wir wieder schauen wenn es nach unten geht was haben wir an tagestiefsatz anlaufpunkte da wäre das nächste die 22.770 punkte marke hier haben wir zwei tagestiefsatz in etwa liegen das passt auf alle fälle hier ins bild wenn eine korrektur kommen kann die korrektur kann auch noch ein stückchen tiefer laufen dann kommen wir allerdings wieder in andere zeiträume hinein also hier thema abreistrategie kann man durchaus mit in betracht beziehen wenn die schwäche hier weiter reinkommt das heißt wenn wir hier eine korrektur an dieser marke oben sehen sie sehen es auch selbst hier haben wir den schub nach oben gehabt heute sind wir schon mal kurz drüber genug jetzt laufen wir drunter so lange wie wir nicht hier unter diese marke fallen von was haben wir hier unten gehabt knapp naja ich sage nochmal ich runde mal um die 22.800 punkte marke auf dann scheint hier noch alles in ordnung zu sein und der markt hat durchaus das potenzial hoch zu laufen aber wenn es zur korrektur kommt sie sehen es auch hier im stundenstadt dann können wir uns nach unten hin schon den ein oder anderen punkt suchen wo wir hier initial stopps beziehungsweise nicht stopps aber die stopps zur geminn mitnahme auch mitsetzen können wo ziele einfach liegen können in der korrektur nach unten im großen bild nach oben wäre hier natürlich gut zu sehen wenn der markt die stärke wieder aufnimmt und dann haben wir wirklich die situation hier oben drüber zu laufen anlaufpunkte an der oberseite sie sehen sie wenn wir da mal in den trendverlauf nach unten ein bisschen reinschauen dann haben wir schon die situation dass wir hier äh sozusagen ähm äh wie soll ich sagen das potenzial auch da nach oben eröffnen und das ganze hier hinten an diesen kerzen sehen wo wir kurzfristig auch ranlaufen können wenn der markt hier nach oben geht die allzeithoch sind nicht gigantisch weit weg sind also doch noch da und wenn die märkte hier schön nach oben laufen wir sehen sie an den us-märkten die kamen ja auch aus einer korrektur heraus und dann sind sie schön nach oben gelaufen S&P 500 und Nasdaq stehen dann als seithochster Dau wir sprechen da morgen drüber der steht auf dem Weg dorthin also hier alles gut ich hoffe mit den Handelsideen können wir hier heute auch wieder ein bisschen was anfangen mal gucken was so an Bewegung reinkommt ich schaue jetzt nochmal in den Chat hinein der Sascha hat noch was geschrieben passt super also wir haben jetzt keine weiteren Fragen hier in diesem Raum also an dieser Stelle möchte ich mich wieder wie immer bei ihnen bedanken für ja ihre Aufmerksamkeit für ihre Mitarbeit hier freue mich dass immer mehr Leute hier auch live mit zuschauen und alljenigen die das im Nachgang anschauen wenn sie Lust haben einen Markt analysieren zu lassen schreiben sie uns hier im Facebook ruhig eine Info dass wir das Ganze auch mit aufnehmen können an dieser Stelle einen schönen Handelstag gute Trades bleiben sie gesund entspannen sie auch am Abend etwas und wir lesen und hören uns dann morgen wieder um 8.30 Uhr dann wieder in einem etwas ausführlicheren Webinar an dieser Stelle also dann bis morgen tschüss ihr Mike auch immer wieder in einem guten Tag